Keine Angst, heirate bald, Brüder und Schwester, ich denk schon mal, das Weihwasser kalt, die Welt zu verändern, alles liegt in meiner Gewalt, für Frieden verbreiten, hab immer meine Pfeife dabei. Moin moin, liebe Sportsbrüttel. Hallo Leute. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Ausflug nach Göln. Ja, dann. Okay, bis gleich. So Leute, wir haben es geschafft, wir sind in Köln, an der Pipo. Wir gehen jetzt rein, und ... Die Leute, die da auch zeigen! Yeah! Großartig! Großartig! Ursula Sala. Mama, vandaag. Großartig! 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 Der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020